ein wunderschönen da bin ich mal wieder euer odin mit einem kleinen video ihr hört meine stimme ist nicht gerade so da wollte mich eigentlich auch schon aber ich habe hier eine info gekriegt und da gedacht die musik direkt mal an euch weitergeben weil das halt auch nicht so lange ist und zwar ihr seht es noch nicht moment hier vier euro vier dollar noch was und hier sehen wir dann für zwei jahre also insgesamt sind es 99 dollar oder sowas können wir gleich mal gucken wenn jemand über die visa hier können wir uns mal angucken das sind 99 dollar für zwei jahre vpn-mitgliedschaft und ihr gehabt dann für zwei jahren vpn und könnt ihr doch fünf geräten gleichzeitig nutzen wenn die geräte und natürlich aus sind so wie bei mir jetzt zum beispiel kann ich so auf zehn geräten installieren aber ich habe jetzt halt hier und schlafzimmer wohnzimmer küche bei meiner frau oben gab es zwei vpns weil brauchte halt ein bisschen mehr und da gedacht das muss ich direkt mal an euch weitergeben soll auch nur kurz und knackiges video sein ich denke mal freitag oder samstag wird dann wieder was kommen von mir aber ich kann es noch nicht versprechen ich habe hier noch ein bisschen was was ich noch abarbeiten will aber die stimme muss halt noch erst richtig wieder da sein nicht dass die dann wieder weg ist und dann höre ich mich im stream dann halt wieder so scheiße an das wollen wir ja auch nicht ihr sollt mich ja schon verstehen können und dann würde ich mich jetzt hier erst mal verabschieden bis zum nächsten mal seite euer odin